Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans und das Update ist endlich da, bzw. die Saisonherausforderungen sind da. Also, erfahre mehr über die neuen Saisonherausforderungen und wie du einen exklusiven monatlichen Helden-Skin gewinnen kannst. Los! Okay, wollte ich gar nicht drauf. Wollte ich jetzt gar nicht draufklicken, aber es ist okay. Also, endlich kann ich mal wieder was machen. Es gibt neue Sachen zum Bauen, nämlich 7x Kanone und 8x Bogenturm. Das ist richtig viel, aber zuallererst wollen wir natürlich hier auf dem Button, wo die Herausforderungen sind, den Goldpass freischalten, den Goldpass kaufen. Das werde ich nämlich jetzt mal tun. Aktive Herausforderungen. Okay, wir haben aktuell nur 6 Stück. Wir haben 3 tägliche Herausforderungen. Was haben wir denn überhaupt? Gold muss man erbeuten, man muss was entsenden, nicht spenden, entsenden. Bogentürme zerstören, dunkles Erbeuten. Beginne 5 Gebäudeverbesserungen in einem der Dörfer. Okay, das kann ich zum Glück noch machen. Und erziele den täglichen Sternbonus 7x. Das ist also tatsächlich eine wöchentliche Herausforderung, der ist nur einmal pro Tag verfügbar. Sehr gut. Tägliche Herausforderungen. Verdiene einen Stern in einem Mehrspielerkampf. Spende Truppen im Wert von 15. Das ist doch zu easy für mich. Belohnungen. Das ist das, was ich helfen möchte. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, ganz am Ende. Ganz am Ende. Da ist er. Der Heldenskin Gladiatorkönig. Okay, wir kaufen den mal eben. Bis gleich. Oh, warte mal. Es gibt ganz kurz. 109. Da gucken wir später drauf. Ich kaufe den mal eben. Okay, wir haben den Goldpass erhalten. Das sehen wir unten natürlich links an dem schönen Symbol. Jetzt haben wir ihn. Belohnungen. Ich könnte das jetzt für 100 freischalten. Das werde ich natürlich nicht tun. Wir wollen das ja selber erspielen. So. Zunächst einmal werden wir aber zwei Bogentürme... Ne, warte. Wir werden... Machen wir erst die Bogentürme? Erst die... Erst die Bogentürme, oder? Bogentürme 1. Ich kann wiederum nichts mit Elex hier machen, oder? Es gibt wieder... Lol, es gibt in diesem Update nichts mit Elex. Skandal. 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 Warte mal, wir müssen mal gucken. Wir können aber forschen. Und zwar... Eisgolem oder Hexe. Ich würde echt sagen Hexe. Ansonsten hätte ich auch noch das Schweinchen, aber wir nehmen die Hexe, oder? Ich habe kein Buch. Das ist jetzt aber erstmal egal. Damit ich das erstmal... Damit ich das erstmal weg hatte. Alter, es gibt nichts mit Elex. Oh, Leute. Euer Ernst. Euer Ernst. Warte mal, wir gucken mal eben. Wo ist denn meine... Da ist erstmal eine Juwelenkiste. Wo ist denn meine Schatzkammer? Ach, die ist jetzt... Magische Gegenstände sind ja jetzt hier. Ich habe Heldenbuch. Buch des Bounds habe ich sogar. Okay. Geil, geil, geil. Aber wo ist meine Clanburg? Da. Da ist die Clanburg-Schatzkammer. Ich will nämlich nur die 1,6 Millionen haben. Oh Gott, das ist ja voll wenig. So. Zweimal Riesen. Rest Bowler kann ich jetzt noch nicht spenden. Müssen wir mal eben... Okay. Bringt jetzt nichts, das auszubauen. Wir, meine Freunde, suchen nämlich jetzt einen Gegner raus. Nein! Wir müssen noch eine Minute warten. Alter, ernsthaft? Seit wann ist das denn? Die Angriffe auf andere Spieler wurden vorübergehend deaktiviert. Alles klar. Kurzer Cut. Kann ich hier noch... Hier kann ich auch nichts machen. Hier kann ich mir noch ein paar Gems holen. Alles klar. Kurzer Cut. Ich suche einen Gegner raus. Wir gucken, dass wir die ersten Herausforderungen schaffen. Auf jeden Fall. Bis gleich. Okay, den nehme ich mal mit. Der hat einen Luftwärmeausbau und ich finde aktuell sehr schnell Gegner. Das muss ich eigentlich mal eben ausnutzen. Wer denn da mal einen draufschmeißen? Eins, zwei. Reicht noch... Reicht, glaube ich, noch nicht. Oder? Oder doch, es reicht schon. Perfekt. So. Eins, zwei, drei mal eben drauf. Hoffentlich reicht das da auch noch. Ja, das reicht auch. Kanone. Oh, auch noch erwischt. Alles klar. So. Jetzt müssen wir mal gucken, von wo wir jetzt eigentlich vorgehen. Von oben. Von oben. Der Klassiker. Der Klassiker von oben. So. König. Königin. Ach ja, auch stimmt. Die 3D-Helden. Ich hatte es vergessen. Ich hatte es verdrängt. Ich hatte es verdrängt. Stimmt. Die gibt es ja auch noch. Die gibt es ja auch noch. So. E-München hier einen Druski geschmissen. Komm, schnappt euch noch die Luftwärme. Nein, sie fliegen wieder falsch. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber, Leute. Jetzt aber. Perfekt. Noch den... Den tun wir aber auch noch. Das Dorf hat jetzt gar keine Luftabwehr mehr. Ich habe die komplette Luftabwehr zerstört. Okay. Wir haben noch keinen richtigen Tunnel gebaut. Das werden wir es aber allerdings gleich tun. So. Da nämlich... Oh, meine Königin mal eben im Blick behalten. Es sieht so episch aus. Irgendwie wie der König, der auf diese Mauer einschlägt, oder? Ich hatte das gar nicht so in Erinnerung. Da schlägt er nämlich jetzt drauf ein. Sowohl mit seinem Schwert als auch mit seiner Faust. Königin lebt noch. Alles klar. Kriegen wir hin. So, jetzt haben wir endlich unseren Tunnel gebaut. Jetzt können wir die Drachen setzen. Oder? Königin nicht vergessen, dass wir die Königin noch zünden müssen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, es sieht auch gar nicht mal so gut aus, weil ich einfach gar keine Zauber mehr habe. Reicht das schon? Ja, komm. Jetzt fliegen sie erst mal zu dem Feger hin. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, doppelte Bestrafung. Doppelte Bestrafung. Tornado-Falle und noch der Feger. Aber vielleicht mit etwas Glück kriegen wir es doch noch down. Das gute Adler-Stück kommt, Leute. Bereicht euch doch ein bisschen. Schnell. Okay, das Rathaus ist jetzt gleich zumindest schon mal down. Drei Sterne hätte ich natürlich auch gerne gehabt. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ah, dieser Luftweger des Todes. Komm, einmal noch Adler-Dev. Also schießt natürlich noch mal einmal der Klassiker. Immer genau einmal zum Schluss. Schießt immer. Okay, wir schaffen, glaube ich, keine drei Sterne. Aber ist egal. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt überhaupt bekommen haben. Oder was wir überhaupt jetzt freigeschaltet haben bei den Herausforderungen. Ich weiß es doch nicht. Ich habe nicht geguckt. Ich habe doch gar nicht geguckt, was wir da schon jetzt freigeschaltet haben. Ich will doch nur den Skin. Ich will hier einen Gem-Spender haben. Und die ist nämlich richtig praktisch. Die ist richtig praktisch. Kommt. Schaffen wir jetzt leider nicht mehr ganz, glaube ich. Der Drache ist kurz vor Ende. Ah, Mann, so knapp. So knapp. Vielleicht, oder? Kriegt das der Warden vielleicht noch hin? Warden. Warden. Warden gegen Turm. Oh, das schafft er noch. Das schafft er noch. Das schafft er noch. Alles klar. So, jetzt müssen wir gucken, ob er... Nein, da ist er noch. Okay, ich habe den X-Bogen übersehen. Ein roter X-Bogen auf grünem Grund hinter orangen Mauern. Das habe ich wohl... Das habe ich wohl übersehen. Aber ist okay. So, 300.000. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Wir fordern mal an. Ich habe wieder Drachen. Ja, auch wegen des eigenen Ereignisses noch. Aber jetzt werden wir ein bisschen umstrukturieren. Ich brauche eh keinen Elex mehr. Wofür? Wofür brauche ich Elex? Für gar nichts mehr. Oder? Brauche ich nicht mehr, oder? Aber ein Gift? Ja. Verladungsmaschinen haben wir. Zauber haben wir. Alles klar. Kurzer Cut. Bis gleich. So, ganz kurz mal eben. Wir haben ja schon die erste Challenge abgeschlossen. Und zwar die erste Tech-Care-Ausforderung für 20 Punkte. Na, immerhin. Was ist hier? Verdiene ein Steinen in einem Duell. Okay, das mache ich jetzt mal eben. Das muss ich hinkriegen. Das kriege ich hin. Okay, die Truppen kann ich jetzt auch gleich spenden. So, Moment, wer will? Wir schreiben eben bitte Truppen und fordern. So, da können wir gleich auf jeden Fall schon mal was spenden. Ich habe noch ein paar Bowler in der Hinterhand jetzt hier zum Ausbilden. Und dann müssen wir mal gucken. Hoffentlich fordert jemand was an. Ich meine, das sind nur 15 Kapazität. Aber nein, nein, nicht hier. Wir müssen da rüber. Wir müssen da rüber ins Nachtdorf. Ey, das muss doch klappen. Komm. Ich brauche einen Stern. Ich brauche nur einen Stern. Im Endeffekt können wir direkt danach aufgeben. Aus Zeitgründen so. Da ist aber das und das. Er ist jetzt zwar der Brutz da direkt vor der Nase. Aber das sollte vielleicht trotzdem funktionieren. Wir warten mal ab. Wir warten mal ab. Wir warten mal ab. Wir warten mal ab. So, das in der Mitte muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Alles klar haben wir. Weiter, 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 weiter hinterher. Immer schön hinterher, Leute. Immer schön hinterher. Wir brauchen einen Stern. Nicht vergessen. Einen einzigen Stern. Stand da doch, ne? Verdiene einen Stern in einem Duell. Das habe ich jetzt mal so ausgelegt, dass wir auch wirklich nur genau den einen Stern brauchen. Das von Sieg war ja nicht die Rede. Wäre natürlich cool, wenn wir es auch schaffen würden, weil ich auch gerne immer gewinne. Also ich will jetzt nicht absichtlich verlieren. Okay, 31. Jetzt wird es natürlich knapp wegen dem Tesla. Aber er ist da. 33. Nein, das wird ja gar nichts. Ich habe das jetzt gerade komplett untersch... Ich habe das jetzt gerade komplett unterschätzt. Wir kriegen ja voll auf den Sack. Ah, okay. Jetzt muss tatsächlich unsere Kampfmaschine nochmal ran und muss gucken, dass wir jetzt noch retten können. Ach, nö. Das ist ein Reinfall. Oh, die Riesenkanone hat vorbeigeschossen. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn. So gerade eben haben wir ihn bekommen. Alles klar. Mehr schlecht als recht. 40% ist mit, aber egal. Alter Schwede. Ah ja, die weicht ja jetzt besser aus, ne? Die weicht jetzt, glaube ich, besser aus, der Kanone. Der Kanonenkugel. Okay. Ist egal. Ist egal. Vollkommen egal. Ja, drei Stück. So, komm. Braucht Verstärkung. Alles klar. Und Nummer vier haben wir auch abgeschlossen. Wir haben die ersten Punkte. Die ersten 60. Haben wir irgendwas abgeschlossen? Wir sind eigentlich bei allen Sachen ganz gut dabei. Bis auf den Sternenbonus. Beim Dunklen, bei den Bogentüren, bei den Belohnungen. Holen wir uns nämlich jetzt schon mal 500.000 Gold ab. Und die Spende für ein Juwel. Das ist richtig geil. Bauarbeiterschub will ich natürlich auch noch haben. 28 Tage und 20 Stunden. Die ist dann kürzer, die Saison. Klar, die dauert bis zum 1. Mai. Ne, die dauert. Die müsste bis zum 1. Mai dauern. Alles klar. Kurzer Cut. Mein Bartmissi. Lol. Was macht... Äh? Lol. Was macht die denn da? Das sieht ein bisschen aus, als wäre sie gerade auf dem Pott. So schläft man doch nicht. Wo ist denn der König? Wie ruhen die sich denn aus? Das ist ja voll unbequem. Einfach nur. Das ist ja einfach... Die knien da hin. Das ist doch... So schläft man doch nicht. Das finde ich jetzt aber ein bisschen blöd. Vor allem sie stützt sich da auf ihren Bogen ab. Naja, Supercell. Da müsstet ihr vielleicht nochmal überlegen... Da so. So muss das aussehen. Schlafen müssen sie. Guck mal, der hat ja ein Buch als Kopfkissen benutzt. Das ist doch cool. Nicht so... Nicht so abstützend. Das sieht ja voll kacke aus. Okay. Da werden wir gleich nur drüber reden. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay. Die Gegnersuche geht richtig schnell. Das will ich jetzt echt nochmal ausnutzen. Okay, der hat... Oh, Moment, 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 Leute. Der hat die Luftabwehr neben den ganzen coolen Stuff hier. Wir dürfen nur das Rathaus nicht anmachen. Der Rest ist jetzt erstmal egal. So. Eins, zwei. Ein bisschen verteilt. Bin ich... Nein, das ist Rathaus. Er sagt nur so, mh... Nicht das Rathaus aktivieren. Und dann so, mh... Das Rathaus ist... Nein, egal. Nein, egal. So. Das Ding ist auch down. Direkt. Okay. Alles klar. Zweimal Luftabwehr down. Den Rest... Okay, diesmal... Diesmal gehen wir wirklich mal auf die Adler-Dev, oder? Oder machen wir einen Tunnel? Ich hab... Ich hab zwei E-Drags. Sehr gut. Nein, eine Luft... Nein, eine Luftfalle. Eine Luftfalle. Ich hätte den... Ich hätte den Ballon vorschicken sollen. Ich hätte den... Ich hätte den Ballon vorschicken sollen. Das werden wir jetzt auch da tun. Hast du noch eine für mich? Eine Luftfalle? Nein, hat er nicht. Komm. Nein, haben wir nicht mehr hingekriegt. Da unten. Okay, den Bogeytum haben wir noch erwischt. Und jetzt... Kommt der Rest. Jetzt kommt der Rest hinterher. Eins, zwei, drei... Wow, dann. Ja, der auch. Oh, dann wollen wir mal sehen. Dann wollen wir mal sehen. So, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nee, ich jetzt schon mal eben... Sollen wir ein bisschen durchfliegen noch. Och, nö, schon wieder der Tornado. Ernsthaft? Also, ich will natürlich zwei Sterne haben. Okay, der Inferno-Turm ist down, der eine. Und jetzt wollen wir mal sehen. Ah, dieser Luftfeger. Aber wir haben schon mal zumindest ein halbwegs gescheitten Tunnel gebaut. Einstein haben wir ja schon mal... Ja, ich muss gar nicht mal gucken, was wir noch für Quests offen haben. Also, wir haben sowohl den Stern als auch schon mal den Tunnel. Das bedeutet, wir müssen jetzt nur noch die Helden richtig schicken. Dann könnte das... Nein, oh, lauf gescheit. Lauf gescheit, König. Lauf gescheit, neuer animierter König. Lauf gescheit. Ja, super. Das ist echt geil. Jetzt geht die Königin da drauf. Okay, da vorne ist zum Glück nichts mehr. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Hoffentlich ist der König schneller. König, er wird nicht schneller sein. Wo läuft denn die Queen? Oh, jetzt dreht sie sich um. Vor allem muss sie ja jetzt an die nächste... Jetzt muss er ja an die nächste Mauer, muss er ja jetzt auch noch dran. Zum Glück kann er jetzt noch tanken. Aber das war jetzt so ganz so schlau war das nicht. Ich werde schon mal so direkt mal draufhalten. So, Moment. König sollte sich jetzt mal darum kümmern. Und das Rad aus. Aber er hat noch den... Oh, den Single-Inferno. Oh, Leute, die Queen ist komplett verwirrt gerade. Aber wir haben es geschafft. Alles klar, das Dunkle noch. Komm, das Dunkle kann ich sogar sehr gut gebrauchen noch. Maximaler Sternenbonus. Läuft auch Gold. Nehme ich auch gerne mit. Queen können wir danach eigentlich safen. Oder? Läuft sie noch entscheidend weiter? Ja, sie kümmert sich noch darum, noch um die Luftabwehr. Okay, sie holt sich... Oh, Elex, wofür? Wofür brauche ich Elex? Für gar nichts. Für gar nichts. 800.000, perfekt. Wir fragen nochmal an. Und sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal wieder. Oder beziehungsweise später nochmal wieder. Guckt in die Beschreibung. Abonniert den Kanal. Schaut mir gerne eure Meinung zum Update in die Kommentare. Das interessiert mich natürlich, was ihr davon haltet. Wir sind ja schon mal ganz gut unterwegs. 60 Punkte, naja gut, das ist ja natürlich noch nicht so das meiste. Aber ihr seht das schon. Wir brauchen 80 Punkte, um das abzuschließen. Die täglichen Herausforderungen haben wir. Die wöchentlichen warten noch auf uns. Es muss natürlich... Es darf natürlich nicht so schnell gehen. Also du kannst jetzt nicht innerhalb von einem Tag diesen Skin freischalten. Aber okay, wir sehen uns später wieder. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017